Es war mir durchaus bewusst, dass ich manchen Abonnenten mit meinem Video vergangene Woche verärgern würde oder in Steiners Worten kein Wohlgefühl geben würde, so wie ich schon oft selber kein Wohlgefühl hatte, wenn ich nach Jahren bemerkte, dass ich einem Irrlicht folgte. Nicht zuletzt kam ich jedoch aufgrund meines Durchhaltevermögens auf einen zwar abschreckend, steil und mühsam zu bezwingenden Berg, vor dem auffallend viele angebliche Bergwanderer warnen, der mich jedoch trotz seiner Beschwerlichkeit dann letztendlich zu immer höheren Aussichtsplätzen brachte, die mir überraschend neue Einsichten offenbarten und ich dadurch nicht selten bestätigt bekam, was ich bereits schon vorher ahnte. So wie manche Kommentare mit jetzt reicht's pfui besichten starten, hatte und habe ich in meinem Leben oftmals ein ähnliches Gefühl gegenüber meiner oft nachträglich zu berichtigenden Überzeugung gehabt, welche meistens eher aus meiner Empfindungsseele und weniger aus meiner Bewusstseinsseele herauswuchs. Ähnlich wie in den 70er und 80er Jahren damals das medial hochgepuschte Waldsterben die Menschen verunsicherte und zur Akzeptanz autofreier Sonntage motivierte, verunsichern heute instrumentalisierte Teenager und kindische Erwachsene die Öffentlichkeit ein weiteres Mal. Nachdem sie kürzlich das An-der-Leine-Laufen im Corona-Trainingslager wieder mal übten, besteht erneut die Gefahr, dass der verunsicherte, sich unwohl fühlende Deutsche, eher einen Shutdown einer wichtigen Durchgangsstraße durch bezahlte Aktivisten und einer gerichtlichen Verurteilung des wütenden, die Straße säubernden Lastwagenfahrers akzeptiert, als die Verurteilung des bewiesenermaßen aus dunklen Kanälen bezahlten klebrigen Störenfrieds. Die Geldgeber hängen wieder mal vermutlich an den Fäden der Marionettenspieler seit Henry Morgenthau, welcher am Ende des Zweiten Weltkriegs den ehemaligen Wirtschaftsstandort Deutschland wieder in einen Agrarstaat umzuwandeln plante. So wenig wie in Baerbocks Lügenbuch und Lauterbachs Lebenslauf tatsächliche Wahrheiten gefunden werden, wird in dem damaligen Buch von Henry Morgenthau, Germany is our problem, also Deutschland wäre das Problem, Wahrheit zu finden sein. Die einzige Wahrheit scheint mir zu sein, dass die beispielslose Kultur, der Erfindungsreichtum, die Tüchtigkeit und Moral der deutschen Vorkriegsbevölkerung ein Problem für das nach wirtschaftlicher, kultureller, künstlerischer Vorherrschaft strebende britische Imperium und ihrem Anhängsel USA wahr. Sein in die Geschichte eingegangener Morgenthau-Plan enthielt als dritten von 14 Punkten die vollständige Demontage der Industrie im Ruhrgebiet, im Rheinland und die Verwaltung des deindustrialisierten Gebietes als internationale Zone durch die Vereinten Nationen, außerdem ein Verbot der Reindustrialisierung auf absehbare Zeit. Ist es nicht interessant, dass nachdem die gesamte Kohleförderung des Ruhrgebiets aufgrund dieses 14-Punkte-Plans eingestellt wurde und das von den beiden Deutschen Frieder Bergius und Matthias Piert damals erfundene Verfahren der Kohlehydrierung ebenso nach dem Zweiten Weltkrieg abgebaut wurde, dieses Kohlehydrierungsverfahren nun für Flugzeugbenzin, Motorenkraftwerke im Ausland, zum Beispiel in Südafrika, China, USA, Indonesien verwendet wird? Ist es nicht interessant, dass Deutschland nun ohne Kohle und diesem Hydrierungsverfahren eine Superenergiekrise von einem dafür bezahlten Superminister verordnet bekommt, flankiert durch die vermutlich von den USA gesprengte Gasversorgung aus Russland? Ein ähnliches Pfui empfinde ich für mich, als ich mir als Teenie damals tatsächlich noch ein Elektroauto aufgrund des damaligen offensichtlichen Raubbaus an der Natur ersehnte und deswegen damals kurzsichtig und politisch grün hinter den Ohren irrtümlich meinte, dass die Herstellung von E-Autos bei der Herstellung und Entsorgung nicht mehr den Natur ruiniert. Bei weitem mehr Natur wird bekanntlich bei der Herstellung der Batterien zerstört, als die Auspuffe deutscher Dieselautos von Daimler, BMW, Audi und so weiter aufgrund der verbrannten Brennstoffe aus den landeseigenen Kohlehydrierwerken inklusive dem Kohlenstoff aus den Öfen der warmen Winterwohnungen zerstören würden. Denn den Pflanzen diente das ungewohnt reichhaltige Nahrungsangebot und uns Deutschen die Energieversorgung aus eigenen Boden schätzen. Zudem bliebe Deutschland weiterhin Exportweltmeister, was dem Imperium Britannia wieder mal ein Dorn im Auge wäre. Dass es überhaupt nicht um das wirkliche Wohl der Menschen und schon gar nicht um das Wohl der Tiere im Pflanzen ging, sondern vor allem um die wirtschaftlich-kulturelle Ermordung Mitteleuropas auf dem Weg zum Agrarstaat und flankierend dazu die weltweite Verarmung und Verblödung der Menschheit, war mir damals noch völlig unbewusst. Es fehlte mir eben noch in den Worten Steiners ein straffes, konturiertes Denken, eben diese innerliche Regsamkeit der Seele. Ja, meine Bewusstseinsseele war damals innerlich keineswegs regsam, sondern vor allem die kindliche Empfindungsseele und es ist heute ohne Zweifel eine Agenda der Kirche und der Politik, ihre Schäfchen in dieser Empfindungsseele zu halten. Im folgenden Vortrag meinte Steiner ein weiteres Mal dahingehend, für das, was tiefere Seelenbedürfnis ist, ist der Sonntag auf der Kanzel, für das, was äußeres Menschheitsbedürfnis ist, der Staat. Beides wird traditionell hingenommen, ohne dass irgendwie daran gedacht wird, wohin wir kommen müssen, wenn es mit diesem traditionellen Hinnehmen so weitergehen sollte. Nach 100 Jahren zeigte sich unübersehbar, wohin wir gekommen sind, denn die faulen, kulturell-wirtschaftlichen Früchte hängen unübersehbar am welkenden, kraftlosen Lebensbaum nicht nur der deutschen Menschheit. Wohin wir kommen müssen, wenn nicht mehr und mehr Menschen sich die Mühe machen, auf dieses hohe Aussichtsplateau der steinerschen Geisteswissenschaft zu steigen, davor hat er oftmals eindringlich gewarnt. Eine Woche später, im 11. Vortrag aus Gea 203, meinte Rudolf Steiner am 6. Februar 1921, Die Menschen wollen ein Bewusstsein in ihrer Seele hereinbekommen, dass diese Seele mit einer geistigen Welt in Beziehung steht. Aber sie wollen nicht ihren Willen ansponnen, sie wollen nicht ihre Freiheit verlieren, um an Dasinnige heranzukommen, was allerdings eine innere Tätigkeit fordert, das Ergreifen des Geistes durch die Geisteswissenschaft. Sie wollen passiv ihre Seele vereinigen mit dem Geistigen, sie wollen nicht durch die Schwierigkeiten hindurchgehen, durch die man allerdings hindurchgehen muss im aktiven Ergreifen des Geistes. Vor kurzem kritisierte eine Abonnentin meine Arbeit hier in YouTube, ich würde mit meinen Vorworten auf den Flügen von Steiner vor allem mich selber darstellen wollen. In einer Hinsicht gebe ich dieser Dame recht. Ich nutze seit einem Jahr meine Vorworte, um auch die Einsichten meines eigenen Gedankenflugs mithilfe des steinerischen Düsenjets sichtbar zu machen, auch wenn der Flug oft weit über das Vortragsthema hinausgeht. Ich möchte diese Dame jedoch motivieren, meine vielen Videos ohne gesprochene Vorworte seit acht Jahren anzuhören, um zu entscheiden, ob sie wirklich dieser Meinung bleibt. Außerdem begann ich seit diesem Jahr jeweils das Video in zwei Kapitel in Vorwort und Vortrag zu unterteilen, was denjenigen zugutekommt, die kein Interesse an meinem Gedankenflug haben. Als Berufsmusiker hätte ich wesentlich leichtere Möglichkeiten, mich irgendwie irgendwo ins Rampenlicht vorzudrängen. Wenn ich in der Tat gerne mehr Abonnenten nach zehn Jahren hätte, ist dieser Wunsch meinem Empfinden nach nicht auf eitlen narzisstischen Motiven basierend, sondern darauf, so viel als nur möglich anderen diese lichtbringenden Einsichten via meiner anscheinend angenehmen Stimme weiterzuleiten, welche sonst nicht an dieses Wissen gelangt wären. Vermutlich habe ich in diesem letzten Vorwort das bisherige Wohlgefühl bezüglich der ein oder anderen im Vorwort erwähnten Person verletzt, welche ich als potenziell instrumentalisierten Baustein des freimaurerischen Teile- und Herrscheschauspiels in Erwägung zog. Ein Kommentator schrieb am vergangenen Donnerstag, Ich habe buchstäblich in der Hölle gelebt, die ich mir selbst erschaffen habe. Durch Zufall habe ich Satguru entdeckt, der mich da rausgeholt hat. Ich danke ihm auch jeden Tag dafür. Hätte ich damals zuerst Steiner entdeckt, hätte ich nur gedacht, was ist denn das für Schwachsinn? Also ohne Satguru würde ich niemals Steiner lesen, ohne Ken Jebsen würde ich immer noch denken, die Wahrheit kommt nur aus der Glotze. Dank ihm gucke ich seit vier Jahren keine mehr. Diese Menschen haben mir sehr geholfen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Vogel wie Klaus Schwab so einen Menschen wie Satguru beeinflusst. Vermutlich finden sich inklusive mir viele in diesen Worten wieder, aber konnten dieses Gefühl, was für ein Schwachsinn, in unserem materialistischen und egoistischen Zeitalter lang genug verdrängen, bis sie ein immer deutlicheres Gesamtbild durch die tausende von Puzzlesteinen erahnten und bald erkannten. Noch als Student ließ ich mich in Kriya-Yoga einweihen und lebte infolgedessen drei Monate lang in Los Angeles, um täglich im Retreat der Self-Relation Fellowship anwesend sein zu können. Danach meditierte ich über Jahre täglich Kriya-Yoga und konnte mir ebenfalls nicht vorstellen, dass ein eben solcher Zeitaufwand bezüglich der steinerschen Geisteswissenschaft mehr in und an mir verändert als Paramahansa Yoganandas Hinterlassenschaft. Ich verschlang damals seine Leserbriefe und merke heute an meiner Steiner-Lektüre, dass sie keineswegs den Übungsanleitungen von Paramahansa Yogananda widersprechen, sondern diese essentiell erweitern. Eine grundlegend wichtige Zusatzerkenntnis scheint mir zu sein, dass wir nach der Zeitenwende mithilfe unseres Denkens nun aktiv den Geist ergreifen müssen, der in allem lebt. Jedoch die Erkenntnis desselben wird und wurde uns bewusst von Kirche und Staat verhüllt, so wie sich vor 2000 Jahren die Cäsaren in das gnostische Wissen einweihen ließen, aber der Masse der Menschen dieses Urwissen vorenthielten und mit Stumpf und Stil ausrotteten, wie Steiner dies in Gea 175 facettenreich erklärte. Im vierten Vortrag aus Gea 142, in welchem er das Christentum und den Yoga gegenüberstellte und ich vor knapp einem Jahr auf meinem Kanal vorlas, meinte Steiner, Da genügt es nicht, dass sich die Seele bloß frei macht. Denn würde sich die Seele durch Yoga frei machen, dann gelangte sie zu dem Anblick des Krishna. Dann stünde Krishna in aller Gewaltigkeit vor ihr, aber so, wie Krishna war, bevor Ariman und Luzifer ihre volle Gewalt bekommen hatten. Dafür hüllt noch eine gütige Gottheit, dass neben jenem Krishna, der da sichtbar wird, auf die erhabene Weise, wie wir sie gestern geschildert haben, dass neben Krishna zu linken und rechten Ariman und Luzifer stehen. Das war altem Hellsehen möglich, weil der Mensch noch nicht heruntergestiegen war in die Materie. Das kann nicht mehr sein. Wenn die Seele bloß den Yoga durchmachen würde, würde sie Ariman und Luzifer vor sich haben und den Kampf mit ihnen aufnehmen müssen. Also nicht mehr ein alleiniges Hintergrund, hineinbrüten in sich selbst ist die Notwendigkeit, seit Krishna das alte Hellsehen abgetötet hat. Sondern laut Steiner im selben Vortrag hat die Seele nicht nur Tamas und Rajas zu überwinden, um sich in Yoga über sie zu erheben, da hat sie gegen Ariman und Luzifer zu kämpfen, da ist sie sich selbst überlassen. Die ermahnenden Worte aus folgendem Vortrag hatte ich vergangene Woche bereits zitiert, zitiere sie aber hier nochmals. Alles Geschwafel und Geschwatze von irgendwelchen Mystizismen, die heute noch aufgebaut werden, darauf, dass man sagt, der Mensch müsse sich innerlich selber erfassen, all dieses Geträume ist nichts, denn das führt nicht zu einer wirklichen Selbsterkenntnis des Menschen, sondern nur zu einem innerlichen Wohlgefühl. Der Mensch muss mit ausdauerndem Fleiße verfolgen, wie aus dem Geiste heraus sich plastisch gestalten, seine einzelnen Organe. Es muss wirkliche Wissenschaft aus dem Geistigen heraus aufgebaut werden. Man muss gewissermaßen nachplastizieren den Menschen, so wie er vor uns steht, aus dem Geiste heraus. Diesem Kampf gegen Luzifer und Ariman müssen wir uns heute aus eigener Freiheit, das heißt mit selbst erworbenem, kraftvollem, individuellem Ich aussetzen und bestehen, weil wir nach der dritten Kulturepoche, also seit dem 8. vorchristlichen Jahrhundert, das heißt nach der Götterdämmerung, immer weniger unter göttlicher Führung stehen. Steiner kennt und erklärt in Gea 267 und 268 die magische Wirkung von Mantren und der Fokussierung der Augen auf die Nasenwurzel, aber warnte am 31. März 1910 in Gea 119 vor unsachgemäßen Atemübungen, welche laut ihm einem unachtsamen Spiel mit dem Feuer gleichkommt. In unserer Zeit, wo man sich so wenig bewusst ist, dass allem Materiellen ein Geistiges zugrunde liegt, wird man auch leichten Herzens glauben, diese oder jene Atemübungen vorschreiben zu können. Wenn man aber weiß, dass allem Physischen ein Geistiges zugrunde liegt, dann wird man auch zu der Erkenntnis kommen, dass zu den edelsten Offenbarungen des Geistigen im Physischen die Modifikation des menschlichen Atmungsprozesses gehört und dass das Eingreifen in den Atmungsprozess nur verbunden sein kann mit einer Stimmung der Seele, die wie eine gebetartige ist. Wer in den Atmungsprozess eingreifen will, darf dies nur tun, aus der Erkenntnis heraus, dass dem Schüler Erkenntnis gebet wird, dass er sich erfüllt mit tiefer Andacht. Anders sollten überhaupt nicht Anweisungen gegeben werden für diese verantwortungsvollsten Dinge. Wird es nicht jedem immer klarer, Steiner erzählt nicht Schwachsinn, auch wenn es für jemanden wie Schwachsinn klingt, welcher noch im Bergwald ist und von umfassenden Ausblicken detailliert erzählt bekommt. Im Bergwald dienen die Krishnamurtis, Yoganandas, Satgurus, Eckhart Tolles, auch die Ken Jebsens unserer Welt in der Tat als nützliche Weggefährten. Schaffen wir jedoch geduldsam den Anstieg über die Waldgrenze hinaus, werden wir den Bergführer Rudolf Steiner nicht mehr vermissen wollen, da uns, wie gesagt, das Wissen über dieses Hochgebirge von Kirche und Staat seit 2000 Jahren verschüttet worden ist, aber wir es dringend benötigen. Ich erlaube mir, dieses lange Vorwort mit einer Bemerkung vom 11. März 1921 aus dem 14. Vortrag aus GA 203 abzuschließen. Nun sehen Sie, das ist so richtig charakteristisch für all diese Ignoranten der Gegenwart, die außerdem, dass sie Ignoranten sind, auch noch faul sind, die außerdem entsetzlich faul sind und aus ihrer Faulheit heraus sogar ein gewisses Recht ableiten, gewisse Dinge nicht zu wissen. Neunter Vortrag von Rudolf Steiner gehalten in Dornach am 30. Januar 1921 Die Ideen, die wir aus verschiedenen Untergründen heraus entwickelt haben, über das Menschen hinneigen auf der einen Seite zur luziferischen, auf der anderen Seite zur arimanischen Natur, haben dazu geführt, die Notwendigkeiten anzuerkennen, dass der Mensch ein Gleichgewinn findet zwischen den beiden Neigungen, die für ihn Abwege bedeuten, ein Äquilibrium gewissermaßen zwischen dem luziferischen und dem arimanischen. Nun kann er die Frage entstehen und sie ist eine schwere Erkenntnis und Gewissensfrage, namentlich für die moderne Menschheit. Wie findet man denn dieses Äquilibrium, diesen Gleichgewichtszustand, so dass man auf der einen Seite nicht der Gefahr des luziferischen, auf der anderen Seite nicht der Gefahr des arimanischen zu unterliegen braucht? Diese Frage beantwortet sich für die verschiedenen Zeitalter der menschlichen Entwicklung in verschiedener Weise und immer ist zur Beantwortung nötig eine Erkenntnis desjenigen, was den Menschen in diesem entsprechenden Zeitalter ganz besonders nach der einen oder nach der anderen Seite hinzieht. Im Allgemeinen haben wir ja das kennengelernt, was den Menschen nach dem luziferischen, nach dem arimanischen hinzieht, aber für unser besonderes Zeitalter muss das doch auch wiederum besonders ins Auge gefasst werden. Seit dem Anfang der fünften nachatlantischen Periode, also seit dem 15. Jahrhundert, hat sich innerhalb der zivilisierten Menschheit sowohl das intellektuelle Leben wie auch das soziale Leben gegenüber früheren Zeiten wesentlich geändert. Das intellektuelle Leben ist allmählich immer mehr so geworden, dass der Mensch selber eigentlich von der Weltbetrachtung ausgeschlossen ist. Der Mensch betrachtet die Natur und innerhalb der Naturerkenntnis hat er die neuere Menschheit die größten Fortschritte gemacht. Aber gerade das ist ja das Charakteristische, dass die eigentliche Menschenerkenntnis durch diese Naturerkenntnis nicht nur keinen Fortschritt gemacht hat, sondern dass die Anschauung von der Wesenheit des Menschen in einem gewissen Sinne herausgeworfen ist aus der menschlichen Erkenntnis. Der Mensch kennt sehr gut alles andere in der Welt, aber er kennt nicht mehr sich selbst. Der Mensch hat die Tierreihe kennengelernt, er hat sich eine Entwicklungstheorie der Tierreihe begründet und glaubt zu verstehen, wie sich die Wesen der Tierreihe von den Untergeordneten bis zu den Vollkommeneren entfaltet haben. Und dann reiht man gewissermaßen den Menschen an. Man nimmt das alles, was man an den Tieren gelernt hat und wendet es dann auch wiederum auf den Menschen an. Man kommt zu nichts Neuem, das die Menschenwesenheit erklären sollte, sondern man sucht die Elemente zu dem, was die Menschenwesenheit erklären soll innerhalb der Tierwelt und sagt nur, der Mensch ist eben die oberste Stufe. Man sagt eigentlich nichts Besonderes über den Menschen aus, sondern man sagt, er sei eben die oberste Stufe. Man tut das ja in Bezug auf alle Einzelheiten des Menschen und man tut es mit einer instinktiven Selbstverständlichkeit. Die Folge davon ist, dass eben über den Menschen eine wirkliche Erkenntnis gar nicht vorliegt. Diese besondere Art von Erkenntnis ist ja nicht etwa nur in den einzelnen Wissenschaften da. Sie ist schon durchaus etwas geworden, was heute die weitesten Kreise der Welt beherrscht. Sie ist etwas geworden, was der Mensch sozusagen jeden Tag mit seiner Zeitungslektüre in sich saugt. Und wenn er es nicht mit der Zeitungslektüre in sich saugt, dann auf andere Weise. Denn es ist ja schließlich etwas, was schon den Kindern in der Schule eingeimpft wird. Diese moderne Wissenschaftlichkeit ist zu etwas geworden, was immer mehr und mehr allgemein gut wird. Und sie füllt gewissermaßen den Menschen mit Ideen und Begriffen aus, die seine Seelenverfassung ausmachen. Er kommt dadurch zu einem gewissen Bewusstsein über die Welt. Aber in diesem Bewusstsein ist er selbst nicht enthalten. Das ist das eine. Das andere ist das moderne, soziale Leben. Dieses soziale Leben brauchen sie ja nur zu studieren, wie es in Zeiten war, die hinter dem 15. Jahrhundert zurückliegen. Die Welt war ja gewissermaßen voll von Urteilen, die ein altehrwürdiges, soziales Weisheitsgut waren, welches die Menschen miteinander gemeinsam hatten. Man wusste nicht für sich, was gut oder böse sei. Man hatte auch gar keine Zweifel darüber, denn man wuchs in einer sozialen Ordnung auf, welche das Gute und Böse als allgemeines, sei es volkstümliches, sei es mehr religiös gefärbtes Urteil in sich trug. Und aus dieser gemeinschaftlichen Urteilssubstanz heraus, also aus etwas, was gewissermaßen doch autoritativ durch die soziale Ordnung schwebte, urteilte der Mensch, wenn er selber dies oder jenes tun sollte. Wir haben vieles von dem, was einstmals viel intensiver begründet war in der sozialen Ordnung der Menschheit, heute nur in der Sprache. Und da unsere Sprache in vieler Beziehung phrasenhaft geworden ist, so haben wir es eben in der Phrase. Bedenken Sie nur, in wie vielen Fällen und in welcher Ausdehnung heute der Mensch gewohnt ist, das Wort, das Wörtchen Mann zu gebrauchen. Man denkt so, man tut dieses, man sagt dieses und so weiter. Obwohl es in den meisten Fällen heute nur eine Phrase ist, gar keinen Sinn hat. Das Wörtchen Mann, das Fürwort Mann, das Pronomen, hat eigentlich nur einen Sinn in der Sprache, die noch einem Folge angehört, in dem tatsächlich der Einzelne nicht so stark Individualität geworden ist, wie in unserer Zeit, wo der Einzelne noch mit einem gewissen Rechte, wenn er spricht, ein allgemeines Urteil ausspricht. Was aus der modernen Wissenschaftlichkeit allmählich die Seelen ausfüllt, was dazu geführt hat, dass der Mensch sich selbst vergisst in der Weltauffassung, das führt zur Arimanisierung des Menschen in unserem Zeitalter. Und was im sozialen Leben den Menschen herausführt aus der Gebundenheit, was ihn zum Beispiel im äußeren wirtschaftlichen Leben von dem alten gebundenen Zunftwesen zu der modernen freien Wirtschaft geführt hat, das führt zur Luziferisierung des Menschen. Beides aber ist durchaus notwendig. Beides musste in der Entwicklung der Menschheit heraufkommen. Denn in den früheren Erkenntnissen, die der Mensch gewonnen hat und die seine Seelenverfassung gebildet haben, steckt immer der Mensch selber drinnen. Man konnte früher zum Beispiel nicht Naturerkenntnisse haben, ohne Menschenerkenntnis mitzugewinnen. Man konnte nicht über den Mars Erkenntnisse gewinnen, ohne zur gleichen Zeit über das, was der Mars für das Menschenleben als Bedeutung in sich trägt, Erkenntnisse mitzugewinnen. Man konnte nicht über Gold Erkenntnisse gewinnen, ohne dass man gewisse Erkenntnisse über den Menschen gewann. Alles, was damals menschlich war, ist herausgeworfen worden. Dadurch kam man zu einer reinen, von aller menschlichen Weltanschauung befreiten Naturanschauung. Diese Naturanschauung musste dann die Grundlage sein für die moderne Technik. Diese moderne Technik liefert das, was in der neueren Zeit zu den großen Triumphen geführt hat, nur dann, wenn sie nur enthält, was der Mensch mit seinem reinem Intellekt überschauen kann. Betrachten Sie irgendeine Maschine, betrachten Sie auch nur irgendeine Einrichtung des modernen technischen Lebens, insofern wir das eigentlich Soziale ausschließen? So werden Sie sehen, alles ist in einer gewissen Weise so eingerichtet, dass der Mensch von dem, was eigentlich vorgenommen wird, ausgeschlossen ist. Daher musste die moderne Technik auch zu dem Mittel greifen, obwohl man sich dessen nicht bewusst ist, nur den Leichnam der Natur zu verwenden. Wenn wir eine Maschine konstruieren, so zerreißen wir die Materialien, aus denen die Maschine konstruiert ist, so wie die Natur den Menschen zerreißt, wenn sie aus seinem noch belähten Organismus den Leichnam macht. Wir haben überall in unseren Mechanismen die Leichname des natürlichen Daseins. Aber der Mensch ist nicht aus diesem Leichnam der Natur herausgeboren, aus dem unsere mechanische Welt besteht, die wir allmählich als Technik heraufgebracht haben. Der Mensch ist aus derjenigen Natur herausgeboren, die lebendig ist, die bis ins Mineralrecht hinein lebendig ist. Wir haben in der modernen Technik zu dieser Natur hinzugefügt eine andere Natur, einen Leichnam der Natur. Wir haben gewissermaßen, nachdem alle geologischen Schichten in der Erde gebildet worden waren, eine oberste geologische Schicht darüber gestülpt, die aus unseren Maschinen besteht und die nichts mehr von der Lebendigkeit der Natur enthält. In dem Toten der Natur arbeiten wir, indem wir die moderne Technik hinzugefügt haben zu demjenigen, was früher da war. Es ist dies etwas, was einen erschütternden Eindruck auf den Menschen macht, wenn er es in seiner vollen Ausdehnung betrachtet, wenn er namentlich ins Auge fasst, wie losgelöst der moderne Mensch das Leben nicht nur durch die äußere mechanische Technik, sondern durch die technische Denkweise gemacht hat. Bedenken Sie nur so etwas, wie etwa die Beendigung jenes Krieges, der zwischen China und Japan stattgefunden hat gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Was hat sich da zugetragen nach dem Friedensschluss als die Austragung des Friedensschlusses? Eine ungeheure Millionensumme hat der chinesische Minister auf einen Scheck geschrieben. Diesen Scheck hatte er auf eine Bank tragen lassen. Irgendein untergeordneter Beamter hat diesen Scheck genommen und dieser Scheck wurde einfach die Ursache, dass man rein bankmäßig jene ungeheure Millionensumme, die der chinesische Minister auf den Scheck geschrieben hatte, übertragen hat auf den japanischen Gesandten in China. Es hat sich da etwas abgespielt in einer leichenhaften, selbstverständlichen, äußeren, ich möchte sagen, schattenhaften, leichenhaften Art. Und nichts anderes ist dadurch bewirkt worden, als dass die Millionenkredite, die bis dahin das chinesische Reich auf den Banken von England gehabt hat, durch dieses Hinschreiben auf den Scheck, durch das Übergeben des Schecks an Japan, übergegangen sind. Wenn man das, was da als eine Millionensumme von Kriegsentschädigungen einfach durch Überschreibung mithilfe eines Scheckes von China auf Japan übergegangen ist, auf dem Kreditwege in alten Formen hätte zahlen wollen, ich will selbst die mildeste Form annehmen, dass man es hätte in Geld bezahlen wollen. Was hätte das bedeutet, wenn man dieses ganze Geld auch nur so, wie das chinesische Geld heute noch ist oder war, vor verhältnismäßig kurzer Zeit hätte hinübersenden müssen von China nach Japan. Also da, wo man es noch zu tun hat mit Realitäten, zeigt einem schon die mildeste Form, was dieses moderne Leben verhältnismäßig schnell im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts geworden ist. Die ganze menschliche Denkweise ist von solchen Dingen erfasst worden und sie hat sich ganz selbstverständlich hineingefunden. Der Intellektualismus, der die Menschheit eben arimanisiert, der ist eine Selbstverständlichkeit geworden. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass der Mensch im sozialen Leben auch das durchmachen musste, was durchgemacht worden ist. Gerade so, wie er ohne den Intellektualismus nicht zur reinen Naturerkenntnis gekommen wäre, so wäre er ohne das, was er durchgemacht hat im sozialen Leben nicht zum Bewusstsein seiner Freiheit gekommen. Der Mensch ist ausgehüllt worden durch die moderne Wissenschaftlichkeit. Er weiß nichts mehr von sich. Er kann nicht das Wesen des Menschen erfassen. Aber auf der anderen Seite entstand in ihm die höchste menschliche Spannung, die höchste Anforderung an dieses Menschenwesen zu handeln aus den Urimpulsen dieses Wesens selber heraus, in dem der Mensch als freies Wesen handeln soll. Will man ein Symbol für das, was da eigentlich stattgefunden hat, so kann man nichts anderes sagen als Der Mensch verlor immer mehr und mehr die Fülle seines Wesens und wurde ganz und gar Null vor seiner eigenen Anschauung. Denn das, was moderne Naturwissenschaft ist, enthält nichts über den Menschen. Der Mensch wurde nach und nach ganz und gar Null und in der Null soll jetzt der Impuls der Freiheit ausstrahlen. Das ist die Zwiespältigkeit des modernen Menschen. Er soll frei sein, das heißt, die Impulse seines Wesens, die Impulse seines Handelns in sich selber finden. Aber wenn er dorthin will mit seinem Erkennen, woraus die Impulse seines Handelns werden sollen, so findet er eine Null, ist er ein innerlich hohles Wesen. Es ist eine Notwendigkeit, dass es so gekommen ist, aber es ist ebenso eine Notwendigkeit, dass die moderne Menschheit darüber wieder hinauskommt. Denn innerhalb der Freiheit luziferisiert man sich, wenn man nicht zum Äquilibrium kommt. Und innerhalb der modernen Wissenschaftlichkeit arimanisiert man sich, wenn man nicht zum Äquilibrium, zum Gleichgewichtszustand kommt. Wie kommt man zum Gleichgewichtszustande? Da muss man eben auf etwas hinweisen, was man nennen könnte die goldene Regel der modernen anthroposophisch orientierten Geisteswissenschaft. Wissenschaft, sie ist gut. Wissenschaft musste heraufkommen in der neueren Entwicklung, aber diese Wissenschaft braucht eine Ergänzung. Sie braucht die Erkenntnis des Menschen. Und diese Erkenntnis des Menschen kann allein gebracht werden durch die Geisteswissenschaft. Es ist keine Erkenntnis des Menschen, wenn man den Menschen seziert und das Hirn nimmt und die Leber nimmt und den Magen nimmt und das Herz nimmt, denn da bekommt man eben nur in einer etwas anderen Form, was man in der Tierwelt auch bekommt. Das hat alles tatsächlich keinen Wert für die Menschenerkenntnis als solche. Einen Wert für die Menschenerkenntnis hat nur Dasinnige, was man aus der Geisteswissenschaft heraus über den Menschen gewinnt. In dem Augenblicke, in dem man weiß, dass der Mensch mit seinem eigentlichen Ich im Willen wurzelt, dass er mit seinem willenserfüllten Ich zunächst eine eigentliche irdische Geistigkeit darstellt, dass diese im Irdischen ergreift, den Stoffwechsel als solchen, hat man zunächst einen Anhaltspunkt, diesen Stoffwechsel im Menschen zu studieren und dann dessen Spezifizierung durch den menschlichen Organismus hindurch. Man kommt zum Geistigen aus dem Ergreifen des Leiblichen im Menschen. Lernt man erkennen, das rhythmische System, wie es sich ausprägt in der Gestaltung des Atmungsverlaufes, des Blutsverlaufes, so bricht man mit dem Aberglauben, dass das Herz eine Pumpe ist, die das Blut wie irgendein Gewässer durch den Organismus treibt. Dann lernt man erkennen, dass das Geistige eingreift in die Blutzirkulation, dass also da der Rhythmus den Stoffwechsel ergreift, die Blutzirkulation bewirkt und dann im Verlauf der menschlichen Entwicklung schon in der Embryonalentwicklung das Herz heraus plastiziert aus dem, was der Blutkreislauf ist, so dass das Herz aus dem Blutkreislauf heraus, also aus dem Geistigen heraus, gebildet ist. Lernt man dann erkennen, wie im Nervenzündesystem das Vorstellungsleben wiederum abträgt den Stoffwechselprozess, so lernt man den Nerv erkennen als etwas, was zurückgelassen wird vom Vorstellungsleben. Dann durchschaut man den Menschen so, wie man das Tier nicht durchschauen kann, denn beim Tier sind die Dinge noch ganz anders. So stellt es sich ungefähr der Materialist vor, hier sei ein Nerv und dieser Nerv bewirke irgendetwas als Vorstellung. Nein, so ist es nicht in Wirklichkeit, sondern in Wirklichkeit ist es so, dass das Vorstellungsleben verläuft und während das Vorstellungsleben verläuft, zerstört es die organische Materie, schafft gewissermaßen eine Bahn des Unrates in der Ausdehnung des Nervs. Das ist Ablagerung, was das Vorstellungsleben schafft, etwas, was Ausscheidung aus dem Organismus ist. Und der Nerv ist Ausscheidungsorgan für das Vorstellungsleben. In der materialistischen Zeit hat man einen materialistischen Vergleich gebraucht, dass das Gehirn Gedanken ausschwitze, wie die Leber etwa die Galle. Es ist Unsinn, denn das Umgekehrte ist richtig, dass nämlich von den Gedanken das Gehirn abgeschieden wird, natürlich immer neu abgeschieden wird, weil es immer wiederum vom Stoffwechselorganismus aus ersetzt wird. Der heutige Mensch, der wissenschaftlich ist, wird ja zunächst damit überhaupt noch gar nichts Rechtes anfangen können, denn er wird sagen, das sei doch beim Tier auch alles der Fall, das habe auch ein Gehirn, diese und jene Organe und so weiter. Darin zeigt sich aber gerade, dass der Mensch sich nicht selbst erkennt, denn wer so vom Menschen und vom Tiere spricht, begeht eben den Fehler, den er begehen würde, der als Gesetzgeber etwa alle Rasiermesser, die sich bei sämtlichen Rasseuren irgendeines Ortes befinden, in die Wirtshäuser tragen ließe, weil er mit dem Messer nur die Vorstellung des Essens verbindet und daraus schließt, dass ein Instrument, das in einer bestimmten Weise geformt ist, eben nur dem einen Zweck zugehören müsse. Das Wichtige ist zu erkennen, dass das Wahnsinnige, was bei Menschen auftritt als Organ in einem ganz anderen Dienste steht als bei den Tieren und dass die ganze Betrachtungsweise, wie ich sie jetzt erst in ihrem aller elementarsten Elemente dargelegt habe, eben für die Tiere einen solchen Sinn nicht hat. Gerade die Erkenntnis dessen, was der Mensch aus dem Geistigen heraus als materielle Organe hat, ist so ungeheuer wichtig, denn diese konkrete Selbsterkenntnis ist es, worauf es ankommt. Alles Geschwafel und Geschwatze von irgendwelchen Mystizismen, die heute noch aufgebaut werden, darauf, dass man sagt, der Mensch müsse sich innerlich selber erfassen, all dieses Geträume ist nichts, denn das führt nicht zu einer wirklichen Selbsterkenntnis des Menschen, sondern nur zu einem innerlichen Wohlgefühl. Der Mensch muss mit ausdauerndem Fleiße verfolgen, wie aus dem Geiste heraus sich plastisch gestalten seine einzelnen Organe. Es muss wirkliche Wissenschaft aus dem Geistigen heraus aufgebaut werden. Man muss gewissermaßen nachplastizieren den Menschen, so wie er vor uns steht, aus dem Geiste heraus. Das ist das eine. Man kann also sagen, während heute die Menschheit so lebt, wie sie eben lebt, dass sie sich autoritativ die Wissenschaften von den verschiedenen Anstalten aus vorbringen lässt, besteht schon in den geistigen Welten ein heiliges Gebot, das ergänzt werden muss, die äußere Wissenschaft, durch die Wissenschaft von der Erkenntnis der Menschen. Und unglücklich muss die Menschheit werden, wenn sie nur äußere Wissenschaft empfängt. In den alten Zeiten waren die Mysterien dazu da, dass man an die Menschen das nicht hat herankommen lassen, was dem Menschen schädlich war. Das ist aber mit dem Geiste der modernen Menschheit nicht verträglich, daher muss diese Menschheit in ihren bewussten Exemplaren das besorgen, was früher von äußeren Gewalten besorgt worden ist. Die Menschheit muss durch diejenigen Persönlichkeiten, die etwas von diesen Dingen verstehen lernen, besorgen, dass die einzelnen Wissenschaften ihre Schatten nicht werfen können, indem diesem Schattenwerfen, durch das die Menschheit verfinstert werden würde, entgegengebracht wird, das Licht wirklicher, wahrer, konkreter Selbsterkenntnis des Menschen. Wissenschaften ohne menschliches Selbsterkenntnis sind schädlich, denn sie verarimanisieren die Menschheit. Wissenschaften mit dem Gebilde menschlicher Selbsterkenntnis sind eine Wohltat für die Menschheit, denn sie führen die Menschheit wirklich zu dem, wozu diese Menschheit kommen soll in der nächsten Zeit. Keine Wissenschaft darf es geben, die nicht in irgendeine Beziehung zum Menschen gerückt wird. Keine Wissenschaft darf es geben, die nicht verfolgt wird, bis in das Innerste des Menschen hinein, wo sie, wenn man sie da hinein verfolgt, erst ihren rechten Sinn erhält. So kommt man durch diese wirkliche konkrete Selbsterkenntnis hin zum Äquilibrium, zum Gleichgewicht, aus dem einen die Wissenschaften herausgebracht haben. Den heutigen Menschen interessiert es meistens gar nicht, was er da in der Welt für ein Wesen ist. Er lässt sich allerdings, wenn er besonders tief sein will, vorschwafeln, dass er irgendein kleiner Gott ist oder dergleichen, wobei nur wiederum von dem Gotte keine rechte Vorstellung vorliegt. Aber es interessiert ihn wenig, wie aus den ganzen Welten heraus seine einzelne menschliche Gestalt gebildet ist. Das soziale Leben verluziferisiert, wenn es gewissermaßen nur hinführt zu der Forderung der Freiheit innerhalb dessen, was Null geworden ist. Null wird der Mensch sich selber nicht sein, wenn er zu einer wirklichen Selbsterkenntnis gelangt, denn er wird dann wissen, wie sich in dem, was innerhalb seiner Haut ist, das ganze Weltengebäude ein Abbild schafft, wie jeder Mensch ein Ergebnis der ganzen Welt in sich trägt, innerhalb seiner Haut. Im sozialen Leben wird der Impuls der Freiheit dadurch zum Äquilibrium hingetragen, dass wir kennenlernen Daseinige, was als Geistiges der Welt zugrunde liegt, dass wir hinauskommen über die bloße materielle Welt Betrachtung, die ja gerade das ist, was charakteristisch geworden ist für die Erkenntnisentwicklung der letzten Jahrhunderte. Den Menschen hat man verloren. Die äußere Welt ist menschenleer geworden. Wir betrachten in der äußeren Astronomie die Sonne, die Planeten, die Fixsterne, die Kometen. Die gehen für uns als irgendwelche objektive Körper durch den Raum. Wir suchen ihre Bewegungsgesetze. Da ist nichts drinnen vom Menschen. Lesen Sie meine Geheimwissenschaften im Umriss und versuchen Sie, da sich vor die Seele zu führen, was das als eine Beschreibung der Welt-Evolution auftritt. Gleich wenn Sie da lesen vom alten Saturn, dann lesen Sie nicht etwas, was Ihnen der heutige Astronom schildert, sondern dann lesen Sie gleich von dem, was als erste Anlage des Menschen erscheint. Da ist in der Saturn-Schilderung zugleich alle Stars drinnen, was eben als erste Menschheitsanlage während der Saturn-Entwicklung vorhanden war. Und mit dieser Weltevolutionsgeschichte verfolgen Sie zugleich die ganze menschliche Entwicklung. Nirgends haben Sie da eine menschenleere Welt. Das, was Sie selber sind, finden Sie von Stufengang zu Stufengang in der Weltenentwicklung selber geschildert. Was ist die Folge? Wenn Sie das jenige, was Ihnen die moderne Wissenschaft gibt, von irgendwelchen alten Nebelzuständen, die sich ballen und so weiter, aus denen dann unsere jetzige Welt entstanden sein soll, in der aber der Mensch nicht gefunden werden kann, durchgehen, haben Sie in Wirklichkeit nichts Menschliches. Das bleibt alles bloß intellektualistisch. Da erfahren Sie etwas, was Ihren Kopf interessieren kann, aber es ergreift nicht Ihren ganzen Menschen. Ihr ganzer Mensch kann nur ergriffen werden von einer Erkenntnis, die diesen ganzen Menschen schon enthält. Und es ist im Grunde genommen nur die Trägheit des modernen Menschen, der gar nicht gewöhnt ist, wenn er irgendetwas in sich aufnimmt, auch Gefühle und Willensimpulse zu entwickeln. Es ist die Trägheit, wenn der Mensch, indem er diese Evolution von Saturn, Sonne, Mond und so weiter bis zur Erde hin liest, dann wiederum liest die Perspektive für die Zukunft, dieses Leben, trotzdem alles in reinen Begriffen gegeben ist, nicht seine Gefühle anregend findet, wenn er nicht fühlt. Da stehst du drinnen in der Welt, da bist du zusammen mit dieser ganzen Welt, da weißt du dich eins mit dieser ganzen Welt. Dieses Sich-Eins-Wissen mit der Welt, das unterscheidet diese Welterkenntnis, die aus anthroposophischer Geisteswissenschaft kommt, von derjenigen Weltansicht, die heute die gewöhnliche ist. Aber lassen Sie das sich hineinergießen in die Menschen der heutigen Zeit, denen das fehlt. Lassen Sie die Menschen erfüllt sein von diesem Bewusstsein der Zugehörigkeit zu der ganzen Welt. Dann werden jene sozialen Stimmungen entstehen können, die die Menschheit weiterführen können. Währenddem das, was heraufgekommen ist, was er allerdings zu der Forderung der Freiheit führen konnte, aber dem Menschen kein Verantwortungsgefühl gibt, die Menschen nur dazu gebracht hat, jenes Chaos herbeizuführen, in dem wir eben jetzt darinnen leben. Die Luziferisierung kann nur verhindert werden dadurch, dass die Menschen ihre Stellung im Weltenall erkennen, dass sie nicht nur das Physische des Weltenalls, das sinnlich Gegebene des Weltenalls, sondern das Geistige des Weltenalls durchschauen, sich als Geist im Geist des Weltenalls fühlen. Von diesem Erfülltsein vom Zusammenhang des Menschen mit der geistigen Welt geht auch ein wirkliches soziales Fühlen aus, strömt dasinnige aus, was gebraucht wird, damit der Mensch auf Erden auch das soziale Leben befruchten kann. Wiederum ist es so, dass man sagen kann, was als modernes soziales Leben den Menschen die Freiheitsempfindung gebracht hat, führt zunächst zur Luziferisierung. Die Menschen der Gegenwart mögen davon nichts empfinden. Aber in der geistigen Welt, in der wir ja immer auch drinnen stehen, steht wiederum ein heiliges Gebot und das spricht zu dem Menschen, ihr sollt nicht weiter sein lassen, den Impuls der Freiheit ohne kosmisches Fühlen. So wie Menschenerkenntnis zu den äußeren Wissenschaften hinzutreten muss, so kosmisches Fühlen zu demjenigen, was sich im sozialen Leben in der neueren Zeit heraufentwickelt hat. Diese zwei Dinge, Menschheitserkenntnis und Fühlen mit dem ganzen Weltenall, das ist es, was dem Menschen das Äquilibrium gibt. Das kann er aber finden, wenn er im neuzeitlichsten Sinne das Christus Mysterium wirklich begreift, es so begreift, wie es anthroposophische Geisterkenntnis ihm geben kann. Denn da sprechen wir von dem Christus als einem kosmischen Wesen, das aus kosmischen Unendlichkeiten zur Erde sich heruntergesenkt hat. Wir lernen kosmisch Fühlen und müssen nur versuchen, diesem kosmischen Fühlen einen Inhalt zu geben. Das können wir nur durch anthroposophische Geistswissenschaft, sonst bleibt uns auch der Christusbegriff leer. Der Christusbegriff wird Phrase, wenn er nicht so wird, dass wir den Kosmos selber menschlich begreifen. Fühlen Sie es doch aus der Beschreibung desjenigen Weltenalls, in dem die Sonne ist, die die heutige Astronomie beschreibt, in dem die Spektralanalyse gilt, die die heutige Physik beschreibt, aus diesem Weltenall konnte der Christus nicht auf die Erde herabgestiegen sein. Wer nur an dieser Beschreibung des Weltenalls als Erkenntnis festhält, der kann keinen Sinn verbinden mit irgendeiner wahren, realen Christuswesenheit. Solch ein Christus bleibt leer oder er wird harnackisch oder dergleichen. Will man heute den Christus als kosmisches Wesen kennenlernen, erfühlen lernen, so braucht man jene Evolutionsgeschichte, welchen den Menschen sucht, durch die Saturn-Sonnen- und Mondenzeit hindurch. Da, wo das Menschliche im Weltenall drinnen ist, da erspriesst einem auch die Erkenntnis desjenigen, was den Christus hervorgehen lassen kann, aus dem Weltenall. Und lernt man den Menschen kennen bis dahin, wo sein Materielles, das innerhalb seiner Haut aus dem Geistigen heraus geschaffen ist, herkommt? Dann lernt man ihn so kennen, dass man das Mysterium von Golgatha, die Einkörperung des kosmischen Christus in den einzelnen Menschen, kennenlernt. Denn für denjenigen Menschen, den die heutige Wissenschaft von der Mathematik bis hinauf zu der Psychologie in ihre Beschreibung geben kann, für den gibt es keine Möglichkeit, sich vorzustellen, dass der Christus irgendwie sich in ihn hinein verkörpert hätte. Damit der Mensch dieses begreifen kann, muss er in wirkliches Selbsterkenntnis kommen. Es gibt heute kein Christentum, das der moderne Mensch mit seiner Seelenverfassung vereinen kann. Es sei denn, durch diejenige Selbsterkenntnis, welche Geisteswissenschaft gibt, und durch diejenige kosmische Menschenerkenntnis, welche Geisteswissenschaft gibt. Es ist überall in unserer anthroposophischen Literatur erkennbar, wie diese Zusammenhänge sind. Und es ist eben so, dass diese Zusammenhänge überall verglichen werden sollten mit dem, was in der Gegenwart für den Fortschritt der Menschheit notwendig ist. Was die Menschen vielfach aus der bisherigen Erziehung und aus den bisherigen Lebensgewohnheiten entnommen haben, möchten sie auf der einen Seite als eine wesenlose abstrakte Erkenntnis gewissermaßen für den Sonntag haben, möchten aber dann dieses ganze übrige Leben fern von dieser Erkenntnis betrachten, nicht daran rühren wollen. Für das, was tieferes Seelenbedürfnis ist, ist der Sonntag auf der Kanzel. Für das, was äußeres Menschheitsbedürfnis ist, der Staat. Beides wird traditionell hingenommen, ohne dass irgendwie daran gedacht wird, wohin wir kommen müssen, wenn es mit diesem traditionellen Hinnehmen so weitergehen sollte. Ich habe ja von den verschiedensten Seiten her immer wieder darauf aufmerksam gemacht, wie groß der Ernst unserer Zeit ist. Ich wollte heute darauf hinweisen, wie im Grunde genommen der ganze Gang des wissenschaftlichen Lebens nicht weitergetrieben werden darf, ohne dass alle einzelnen Wissenschaften von Selbsterkenntnis durchleuchtet werden und dass nicht zugesehen werden dürfe der sozialen Entwicklung, ohne dass hineingetragen werde, in diese soziale Entwicklung ein kosmisches Empfinden, wie es sich nur ergeben kann aus einer solchen Weltbetrachtung, die den Menschen schon in den Elementen dieser Weltenbetrachtung selber erblickt. Das ist das Eigentümliche, dass, wenn wir anthroposophisch orientierte Geisteswissenschaft treiben, wir im einzelnen Menschen die ganze Welt erblicken und dass wir in der Welt, in dem wir sie betrachten, den Menschen überall drinnen haben. Gewiss, solche Dinge erinnern an alte Inspirationen und Imaginationen, die die Menschheit gehabt hat. Aber sie sind nicht Erneuerungen äußerlicher Art, sondern sie sind herausgeholt aus dem Bewusstsein, zu dem die Menschheit heute eben aufgefordert wird, wirklich aus der geistigen Welt selber heraus. Es gehen ja nicht bloß diejenigen Dinge vor sich, welche der Mensch in dieser physischen Welt um sich herum sieht. Der Mensch steht ebenso, wie er als physische Organisation in der physischen Welt drinnen steht, in der geistigen Welt darinnen. Und in dieser geistigen Welt, in der er darinnen steht, in der geschieht etwas, in der geht etwas vor. Der Mensch, in dem er so oder so ist, hat eine Bedeutung für die Vorgänge dieser geistigen Welt. Nehmen Sie einmal an, ein Mensch betrachte nur das, was hier in der physischen Welt um ihn herum vorgeht. Er ließe sich höchstens irgendetwas sagen von einem traditionellen Religionsbekenntnis, das aber keinen Bezug hat zu dieser Welt, weil es nur von irgendetwas Abstraktem redet. Und dieser Mensch ließe sich heute darauf ein, hinzunehmen die traditionelle Wissenschaft. Er kann diese Wissenschaft, die Menschenlehr ist, ausbilden. Er kann seine Seele mit dieser Wissenschaft anfühlen, wie Millionen und Millionen heute ihre Seele mit dieser Wissenschaft mehr oder weniger bewusst oder unbewusst angefühlt haben. Dadurch aber stehen die Menschen auch in einer Welt des Geistes. Denn es hat ja auch für die geistige Welt eine Bedeutung, dass wir uns mit dieser Wissenschaft anfühlen. Und welche Bedeutung hat es für die geistige Welt? Wenn das so fortgeht, dann kommt Ariman zu seiner Rechnung. Denn das ist der Geist, der gierig die modernen Bildungsanstalten umschleicht und sie so erhalten will, wie sie sind. Denn dabei findet er seine Rechnung. Die arimanische Wesenheit, dieser kalte, verknöcherte, glatzköpfige Ariman, wenn ich mich bildlich ausdrücken darf, umschleicht unsere modernen Bildungsanstalten. Er möchte, dass sie so bleiben, wie sie sind. Er wird schon seine Hilfe leisten, wenn es sich darum handelt, so etwas wie dieses Goetheanum zu zerstören. Auf der anderen Seite, im sozialen Leben, in dem die Menschen ohne kosmisches Gefühl hier ihre Erdenforderungen aufstellen, da finden tatsächlich, indem die Menschen nur reden von diesen ihren Erdenforderungen, ohne dass sie sich durchdringen, durchglühen, durchfeuern mit dem kosmischen Bewusstsein, da finden die luziferischen Wesenheiten ihre Rechnung. Da sehen wir, wie Lucifer lebt. Da kann ich nicht dieses Bild gebrauchen, das ein Bild ist, das aber als Bild tatsächlich aus den richtigen arimanischen Vorstellungen herausgeboren ist, das Bild des verknöcherten, schleichenden, glatzköpfigen Ariman, der die Bildungsanstalten umschleicht und will, dass sie so bleiben. Dieses Bild würde für das luziferische Wesen nicht treffend sein. Aber ein anderes Bild ist treffend. Lassen Sie überall aus dem bloßen Egoismus heraus, aus dem Nichtvorhandensein eines kosmischen Gefühls heraus, lassen Sie da noch guten Willen und gut geglaubte soziale Begierden sich aussprechen, dann enttrinkt sich dem, was da redet, das luziferische Wesen. Mit diesen sozialen Forderungen, die ohne kosmisches Gefühl in der Welt erregt werden, speit der Mensch das aus sich aus, was dann zum schönen Lucifer wird. In den Menschen selber lebt er, in ihren, durch die sozialen Missinstinkte verdorbenen Mägen, das aber geistig gefasst, in ihren verdorbenen Lungen. Da lebt der luziferische Quell. Er ringt sich los, der Mensch speit den Aus aus seinem ganzen Wesen. Und dadurch ist angefüllt mit diesem luziferischen Wesen unsere geistige Luft. Angefüllt mit nicht vom Gefühl des Zusammenhanges des Menschen mit dem Kosmos erfüllten sozialen Instinkten. Der um unsere abstrakte Bildung herumschleichende Kale Ariman, der Lange, der Skeletthafte, der Hagere auf der einen Seite, auf der anderen Seite das, was sich aus dem Menschen selber zunächst schleimig herauswindet und den Schein der Schönheit annimmt und damit den Menschen betört, es sind Bilder, aber es sind Realitäten unserer Zeit. Und nur durch Selbsterkenntnis und nur durch ein Gefühl des Zusammenhanges des Menschen mit dem Kosmos, findet der Mensch das Gleichgewicht zwischen dem Verknöcherten und dem Schein des Schönen, zwischen dem Knochenwesen und dem Schleimwesen, zwischen dem, was ihn umschleicht und dem, was aus ihm selber heraus sich entringen will. Und dieses Äquilibrium, dieses Gleichgewicht, er muss es finden. Was uns aus der Kultur, aus der Zivilisation der letzten Zeiten geworden ist, das ist im Grunde genommen nichts anderes als das, was man ansprechen könnte, als die Ehe zwischen dem Knöcheren und dem Schleimigen. In diesem Leben lebt der Mensch so drinnen, dass die Zivilisation ins Spenglerische, in den Niedergang hineingeht. Denn im Grunde genommen konnte Spengler seine Welt nur so schildern, wie er sie schildert, weil er die Welt vor sich hat, die aus der Ehe entstanden ist, des Verknöcherten mit dem Verschleimten. Aber der Mensch muss das Äquilibrium finden. Ernst sind die Zeiten, denn der Mensch muss Mensch werden. Er muss lernen abzutun, sowohl den Knöchernen wie den Schleimigen, und muss Mensch werden. Mensch werden so, dass der Intellekt durchwärmt werde vom Herzen, das Herz durchzogen werde vom Intellekt. Dann wird er das Äquilibrium finden. Und in der Tat wird dann der Mensch weder verfallen, wenn man geistig sprechen will, schleimige Mystik, noch kahlköpfige Wissenschaft, sondern dem wird er sich öffnen, was Mensch ist, und was ich vielleicht nennen darf, nachdem ich es charakterisiert habe, das Anthroposophische. Das steht mittendrin, das wirklich Menschliche, das Anthroposophische. Es steht wirklich mittendrin zwischen diesen zwei Gegensätzen, in welche die Zivilisation allmählich hineingekommen ist. Der Anthropos ist in Wahrheit, wenn er sein Wesen wirklich offenbart, weder der Verknöcherte noch der Schleimige, sondern er ist derjenige, der das Äquilibrium zwischen dem Intellekt und dem Herzen hält. Das muss gesucht werden. Sie werden verstehen, was heute gerade aus dem tiefsten menschlichen und weltlichen Wesen heraus begriffen werden muss, wenn Sie nachdenken über die beiden Bilder, die ich heute nur als Bilder vor Sie hingestellt habe. Als Bilder sind sie gemeint, aber als Bilder, die auf wahre Wirklichkeiten hinweisen. Davon wollen wir dann weitersprechen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.